Liebe Freunde, das ist ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Ich möchte euch bitten, von der Freundesseite hier im Facebook umzuziehen auf die Fanseite. Fanseite ist ein nicht so ganz glücklicher Ausdruck, aber es heißt nun mal so, Grund ist folgender, Freundesseite ist begrenzt auf 5000 Freunde. Ich habe, was mich sehr freut, sehr viel mehr Freunde, die darauf warten, auch angenommen zu werden und das kann ich nur auf der Fanseite. Also werden wir die Aktivitäten auf der Freundesseite einstellen im Laufe der Zeit und auf der Fanseite reichlich Aktivitäten betreiben, also aktiv sein. Und ihr könnt, es gibt noch andere Vorteile, ihr könnt liken, kommentieren, sharen, ihr könnt auch posten, also Sachen auf die Pinnwand stellen. Ihr könnt euch an Diskussionsforen beteiligen, was ich sehr spannend finde. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, zieht um, wenn es geht, weil wir dann richtig starten können in ein neues Facebook-Jahr. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020